hallo und herzlich willkommen zum fahnsinn des jahrhunderts es hat sich leider nicht geändert von folge zu folge mit testig man könnte meinen wir haben sehr gut gemacht allerdings muss man sagen wir haben hier schon sehr viele steine weniger bekommen das sehe ich hier gerade und diese perfekten haben auch über level 11 wollen wir gar nicht erst reden wir gehen mal zum nächsten können wir jetzt hier auch sterben weil hier so geister rumfliegen das ist weg zwischen der 15 17 über dem holz über dem floß war gerade ein auge da ist es wieder ich laufe nach oben hallo hallo auge okay hier kann man nicht kaputt gehen das ist schon mal gut schweren ich mach schon mal er hat gerade eine beziehung aufgebaut so sind die dinger erst links zwei aronen einmal pilz da kommst du nicht rüber auf gott hier ist ein pilz nein ihr könnt doch mal wo soll ich das jetzt rüber bringen also so pilz ist hier alles hier das problem ist nur haben wir nur dahinten was zu schneiden ja mach hin und das dahin mann wo ist denn das holz ich sehe vor lauter holz das holz nicht mehr vor lauter weil ich hab's ich hab's ich hab's ich hab's eine euro ein holz war das noch wir brauchen glas glas ist hier unten wo ist die hallo es geht nicht zu ende was brauchen wir keine ahnung ich bin hier gerade verwirrt guck zwei jahren ja so schmeißt die noch rein ja warum hast du dich da reingetan ist das dein fucking wo mach auf genau sonst sonst hast du dich hier gleich aus schnell blau warte mal was wollen wir da noch eine euro und dings ja ich hab doch alles hier nein kein holz 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 da oben habe ich schon komm her komm her wo willst du mich verarsch ich komme nicht mehr durch mach du das ich komme nicht mehr rüber jetzt nein jetzt bin ich wieder gefangen was haben wir jetzt gesagt ein raune und grün und zweimal grün die euro und grün steht da nein das habe ich schon einmal gemacht nein steht doch da egal macht weiter flasche 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 schnell flasche flasche oben rechts ich komme nicht nur grün sollst du auch noch rechts und links das ist gar nicht geschnitten flasche 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 erst die flasche guck mal rechts was wir brauchen eine ahnung pilz glaube ich oder ne ein pilz und zweimal raune also alles was jetzt hier ist ich guck nach holz oh alter der macht er genau wenn ich da durchfliege macht er das zu leute schnell oben ist auch wieder schnell auf ende da hoch los zwei blätter was war das gerade nein auch was tue ich die blätter jetzt da rein bin ich jetzt du ruf ist hier ist ein platz da warum bin ich so geld bin ich vergiftet oder irgendwas meine bonus runde sind weil ich komme ich kann nicht mehr weg ich dachte man kann ja das problem habe ich vielleicht auch eben gehabt danke nein ich habe kein holz mehr kann holz mehr holz holz ganz links 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 hier 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 nimm's leg mir drauf leg mir drauf leg mir drauf jetzt lass mich doch da durch mach das neue was denn weiß ich nicht ich habe zwei zwei grüne habe ich glaube ich gerade gehabt nein was machst du jetzt links oder rechts sagt doch mal was ich mache falsch 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 ach so das ist das rechte dann sag mir das doch vorher weil ich arbeite logischerweise auf das linke hin ja man fängt ja mal links an und nicht rechts du meine finger jetzt schon okay jetzt kommen wir an die unheimliche 13 was 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 war jetzt das zweite ich habe gar nicht drauf geachtet okay links erstmal zweimal knoblauch einmal erraune wohl auch nochmal knoblauchbrauch und hier shoutt auf den gläsern wo sind die rechts 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 die euro ist rechts aber da kommst du so nicht hin du musst durch die mitte stell das ding da ab bevor das kaputt geht ich habe das recht abstell das rechts ab was brauchen wir dann ortlauf doch nicht gegen den scheiß baum was unberhofft und wirbildung gebraucht wir brauchen die dinger die rosa und knoblauch wo können wir die einpflanzen ich finde den topf nicht wo ist es hier kannst du direkt rausnehmen ach so holz wir brauchen holz wo war das holz hier unten da oben war das nur ein knoblauch und eine rose was ein geist brauchen wir unten habe ich hier aber ein geist brauchen geist hallo ich muss erst mal abgeben naja habe ich hier oben wir brauchen ein geist du musst aber auf die dinger drauf ich hab einen eingesaugt hat's gemacht da darf man erst rauf gehen wenn die da sind oder wie alter bewegt sich auch ihr könnt mich doch allemal nach weiter mach weiter ich komme gleich hallo oder auch nicht nur wenn wir beide gestanden sind willst du mich jetzt verarschen hier mach mich doch erst mal zurück nein ich muss das erst mal da drauflegen dann hol ich dich nach jetzt kann ich ja super alraune und geist alraune und geist wo ist die scheiß alraune jetzt hier hallo wo ist die alraune die ich extra rechts rum gelegt habe ja nimm die kurve doch noch größer nimm die alraune die ja ja geist rein und die alraune oben rechts und du musst noch feuerholz rein machen erst mal muss ich hacken da kann man sich irgendwann mal bewegen wenn man alleine ist warum habe ich keinen kaffee mehr so eine scheiße ich brauche kaffee hol mal die flasche hier wir haben auch zwei kettel ich weiß ich habe das schon verstanden wir haben nur 60 sekunden wir müssen das nochmal machen das gleiche nochmal noch ein geist wo flipp warum jetzt mach ähhhhh alraune ihr mach jetzt ach da oben ist wieder einer hier oben hier oben komm ja was machst du denn da oben da kommt man aber auch nicht durch wenn diese scheiß geister hier links kann ich ja nicht komm hol die flasche flasche ach so steht ja schon hier jetzt ich geh schon mal rüber nein wo bin ich mach rechts hin schnell wie kann ich dir abgeben schau mal nicht mehr haben wir doch schon geschafft ja nicht weiter jetzt ja das kommt davon weil du mir stämig oberfeigen verpasst hast ja wenn du so schlecht bist und dich immer vom geister sag ich jetzt nicht ja du hättest natürlich auch einfach mal durch die geister laufen können hab ich ja naja hab ich gesehen ich hab dreimal so einen geister gefangen mach das oh gott wo sind die dinger oben äh schwarz blau oh ich hasse es wenn man dann erstmal da gucken muss jetzt ist der kessel nicht wirklich dazwischen oder äh beere und blatt alraune und geist oh mach wo ist der kessel auf deine mitte beere und blatt alraune und geist äh beere beere wie machen wir die beere mach du die beeren weil ich krieg das nicht aufgehoben ich kann das nicht hinstellen warum kann ich einfach untere taste wieso kann man die nicht hinstellen oh ich komm hier auch auf keiner seite rein wo nicht die geister sind das wär doch falsch oder ach ich hab's falsch gemacht kann man das wieder rausholen nee komm das ist für ein arsch das war für ein arsch ach man ey so alraune hab ich hier die beeren wie gesagt krieg ich nicht hin oh moment jetzt geht's doch mit der taste nein ach nee was mach ich mit den beeren die stehen da ja komm schnell das wird nix aua ja rein aber ich weiß nicht ja wo ist der stößel ach da das ist ein stößel ach komm ach da oh beweg dich doch einfach mal ach warum musst du das nehmen ach ich denk immer ich geh damit ey ach ich hab kein holz wo ist denn holz hier ja holz hatte ich extra hingelegt das liegt jetzt hier auf dem boden keine ahnung warum das weg ist hey das war falsch was du da reingemacht hast man blatt und biere du hast grad die beeren gemacht die beeren hab ich schon gemacht ich mach jetzt die alraune rein so du machst den den geist nee mach ich nicht alter lass mich doch in ruhe du kackgeist ehrlich hallo du sollst die nehmen ey ernsthaft jetzt ich denk du musst da draufstehen damit der gestunt ist ich stehe hier voll mittig drauf du findest das wieder lustig ist ja klar was brauchen wir denn jetzt hol die beere jetzt so oh lass mich das jetzt abstellen du musst nein nicht so holz du mörsern mörsern ja hast du doch gemacht man nein ich hab sie da reingetan gerade warum weil ich kann hast du das holz jetzt drin nein warum machst du es denn nicht geh weg ich muss mich nicht linksen lassen komm eins schaffen wir jetzt noch nimm nimm links 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 oh was war das jetzt alraune und alraune und geist ich hole nochmal ein geist oder alraune ist hier unten hä wieso kann man die bären hier nicht reinmachen hallo was ist das für ein scheiß ich brauch holz holz ja ich versuch's da liegt es da liegt es bei mir mann mach's rein flasche ist unten rechts ich kann ja nichts machen für 20 sekunden oder so warte ich klatsch dich du kannst mich das gewill ich am besten an dem spiel ja das glaub ich dir ist vor Ort mach'n Blatten Blattenblatt das war schlecht das war zwar gut gemacht aber das war eigentlich schlecht weil wir am Anfang nichts gebacken gekriegt haben aber schaltet das ja hat aber trotzdem das nächste freigeschaltet ja ja ich dachte wenn man nicht eins wenigstens hier hat also weil ich es gut gemacht habe ja träum weiter du hast mich nur geklatscht und standst mir im Weg hast nichts gemacht von dem was ich gesagt habe ach so neue Zutat Augen Augen direkt in den Kessel ja super ja den musst du abpflücken und in den Kessel äh freu ich mich doch äh wie soll man das denn angucken hier ach so äh Auge und Alraune Auge und Alraune und wie kriege ich das Auge so ah ok nein nein oh ich bin in die Ecke gefallen nein wo Alraune ist drin Auge auch Holz ist drin hol hol Flasche 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 mach schnell aber wo ist die wo ist die Atta was ist das andere für aber was ist das für Augen und Dings die wir haben zwei Blätter auf das nächste Auge hat mich gehauen kannst du mich mal ich kann nicht auch hauen ja mach mal schnell die auch Auge schnell schnell du musst ja Alraune nein du musst das nur äh Dingsen Marine Auge und Alraune Mann jetzt lauf doch mal da hoch äh Glas Glas nein geh weg ii da ist ein Auge im Glas zwei Blätter das eine ist schon da ein Blatt brauchen jetzt lauf und Glas ja mach ich mach ich hol schon hol hol naja nochmal grün zweimal zwei Blätter zwei Blätter komm 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 achso äh Auge und Alraune jetzt hast du die Alraune? ja wie mach ich das Auge? mit Links? wenn es rauskommt musst du einfach nehmen achso scheiße sag ich geklatsch toll das Auge hol das Auge dann nehme ich das Auge ganz mich mal schnell das Glas 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 ja toll das heißt das war knapp äh das mache ich damit ja nimm die Augen äh was war das Auge und Alraune schnell hä achso ja ich komm hier schon total durcheinander und du das Auge da rein so oh 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 ja genau ich müsste auch mehr mit diesen äh zwei Knoblauch auf einer Alraune ein Knoblauch habe ich ja leg mir hier rein zweiter Knoblauch äh Alraune jetzt legt das doch ab Mann pass auf hol das untere hol das untere ach ey der legt die scheiße nicht da drauf ey das sowas nervt ja das linke was brauchen wir zweimal Blätter zweimal Blätter schalte 30 Juwelen frei oh Gott ja aber es ist besser gelaufen als die Runde davor muss man nur sagen ja die war auch von der Map schwieriger das war ja jetzt hier einfach nur noch sumpfig ja aber wobei hier könntest du theoretisch auch reinfallen also das auch nicht vergessen oh Gott du hast gerade noch gesagt die andere Map war schwieriger äh Auge und Alraune äh ich kann schon gar nichts machen wo sind die Augen wieso kommen die nicht nein ich hab's doch genommen Auge kommen ich brauche ein Auge jetzt kommt gerade kein äh wie soll ich denn du das da rein nein kann ich ja nicht es ist auf der anderen Seite nimm das Auge wo bin ich ist da oben ja jetzt hab ich's hier gemacht kannst du die auch Runde mal rüberbringen ne die kann ich genauso wenig rüberbringen dann stolz ich auch nicht so einen leg sie da drauf einfach auf das Ding ja und dann nein auf die Holzbretter unten kann man das nicht da drauflegen aaa das ist ja cool ne das ist nicht cool weil es jetzt kaputt geht äh Glas Glas ist auf der anderen Seite scheiße mach achso ist eh da kommt Glas komm mal mit rüber ja ich tu mal ein paar Sachen hier rüber das würdest du da drüben haben auch das ist das Sushi Bar äh wo muss das oh wie soll ich denn da hin wo denn ach warte mal auf das Ding ja komm mach Hinde mach Hinde mach Hinde oh ist das ein Scheiß so äh Rose und Knoblauch Rose hab ich hier mach ich hier mach ich hier oh Knoblauch ist fertig die Rose ist aber ist ja mal zum Pflanzen ne ja die hab ich dir schon rüber geschickt pass auf da kommt sie Knoblauch hast du fertig äh das heißt Alrauno und aber wir müssen so lange was anderes machen schick mal mal ein grünes rüber ein grünes ein Blatt schick mal mal ein Blatt ja kann ich gerade nicht Moment ich muss auf Toilette kann man die Augen ne die kann man in die Scheiße Scheiße nein oh das Ding wird explodieren das passt nicht oder explodiert das erst wenn es durch ist hä aua äh die hat mich das Auge hat mich geauget jetzt mach man du musst da oben hin oh nicht die Flasche nehmen das ist meine gib mir die Augenflasche los mach den ne wollen wir Rose kaufen Rose kommen auch nein wieso macht den jetzt weg äh wie falscher Trank der hat aber ist nicht explodiert oh was haben wir jetzt Rose und Knoblauch ich bin überfordert Rose und Knoblauch ist beides ach ne äh wieso hast du die Rose jetzt da hingelegt äh holz 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 hol mal eine Flasche noch man hol eine Flasche ne ich mach schon die Rose äh Flasche haben wir hier keiner ach so doch da nein alles belegt nein mach das scheiß den oh hallo was ist das wieso kann ich dir nix hinlegen oh ich brauch ne Flasche 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 nein ich hab kein Holz mehr oh komm äh Trank ist fertig aber ich brauchte ne Flasche das war irgendwie Mist ja aber wir haben auch ehrlich gesagt viel zu spät überhaupt erst erkannt dass die Sachen da drauf liegen kannst ich wollte ja die ganze Zeit selber da drauf laufen ich dachte das wäre jetzt der Trick ne ne man muss das gleich bestücken mit Zeug damit man das überall da drauf hat ja Flaschen nachdem die ersten zwei Minuten runter waren haben wir das auch festgestellt super oh Gott ich ahne fürchterliches ähm echt jetzt äh äh Blatt und und Beere Beere wo ist das Ding hier dieses Körbchen da nein nein wieso Alter wieso läuft die da drüber das Körbchen ist wieder weg das brauchen wir noch Holz wo ist Holz nein 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 ey beim Fliegen nimm schnell die ach dann nimm ich so halt ne äh nein du musst es in den Mörser tun achso scheiße das ist das blöde wenn man vorher diese Bären nicht gemacht hat wo ist das Holz 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 ist das schon drin achso äh Flasche 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 wo ist denn die Eule da rechts 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 äh Auge und Alraune 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 die ist hier oben Auge habe ich gar nicht gesehen hier unten äh wo kommen die Augen ja oder du nimmst die Geister uh scheiße wieso fällt die da runter ne 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 die Geister sind das nicht doch die Geister kannst du mit auch mit Alraune machen Alraune ist drin der Geist fährt noch ne Runde hier gerade jetzt ah das ist ein Auge oh scheiße da war ein Auge und da war eine Hexe okay äh was ist das Holz denn was machst du denn jetzt das mit dem Geist oder was ich weiß es nicht ne Geist haben wir nicht Auge und Alraune brauchen wir pass auf Alraune aber Auge kommt nicht also doch Geist da können doch Geist machen nein Geist ist doch nicht drin ich dachte du kannst anstatt den Dings auch nein das war doch was anderes komm Auge Auge oh da unten natürlich wo ich mich hinkomme ach äff dich doch einfach man mach das Ding oben geh doch mal auf man hol das Auge schnell wie das Auge das Auge unten ne ich hab uns den Trank gerettet gerade ich muss hier rühren jetzt haben wir kein Holz mehr das hatte ich zwar extra hingelegt aber das ist irgendwie weg keine Ahnung jetzt 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 oh ich komme mir auch nicht rum ne Bären und Blätter ich kann gerade nicht ich musste nochmal auf Toilette ach nee was warum spawn ich da oben wieder Bären 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 guck schon mal nach Holz und tu oben die Blätter rein ich hatte das extra nicht gemacht weil das dann sonst überköchelt hier jetzt Auge und Auraune Auge Auge ist rechts oh ist wieder weg ich kann nicht ich kann nicht Aua man dieses Scheiß mit dem Auge immer Auge Auge es ist zwar schön wenn du schnell laufen kannst aber wenn er dann mal abrutscht ist das natürlich nicht so toll oh Gott wir haben Rotkäppchenoptik oh ich kann nicht einfach mal gucken der macht zum Beispiel den nächsten Level ja ich muss hier ne wir müssen ein bisschen powern hier äh Rose und Knoblauch Rose ist oben links ach ey äh wo muss ich überhaupt hinten Mitte ne rechts oh Rose liegt drauf wo bin ich wo bin ich hier so wo ist jetzt äh da äh Gläser daneben Gläser daneben Gläser daneben Gläser daneben ja warum holst du die nicht ja weil du da gerade frei warst nein ich bin mit dem Trang abgekackt oh nein das ist nicht dein Ernst jetzt was haben wir jetzt gesagt Knob äh Rose ja wir können die auch da reinstellen aber das wäre natürlich nein nein oh scheiße vorsichtig laufen wir haben keinen wir haben keinen willst du mich jetzt verarschen vorsichtig laufen vorsichtig laufen ich komme hier nicht durch äh zwei Blätter nein ich habe das Blatt doch da drauf gelegt ja lauf komm was das da ist das ist jetzt geh doch mal weg geh doch mal weg Mann ich brauch Holz wieso muss ich ja nicht meine Scheißdinger tragen ertragen ertragen muss ich nicht genau deshalb ich will das nicht wo machst du die Scheiße denn nicht nicht so ist das Blatt jetzt weg ja weil ich das gerade genommen hatte und dann da reingeflogen bin weil die blöde Pusse schnell läuft die läuft nicht schnell Mann jetzt mach hier mach das Ding da weg jetzt wie viel Scheiße da ach jetzt brauchen wir einen Guide was brauchen wir zweimal Auge mit Alraune äh das Knoblauch Alraune ist hier unten mach rein hol Glas Auge mit Alraune bring weg ich wollte äh hallo was war das andere da oben Auge mit Alraune was was Auge mit Alraune nochmal ja zweimal haben wir gesagt Glas bringt weg nein das blaue sollst mal gucken was das ist und Alraune mit äh Gras äh also Blatt äh nein wieso nimmt er das dann nicht hol schnell was genau der gleiche Mist wie bei Dings zweimal ne also grün grün mit Alraune wieder guck mal das schaffen wir noch vorsichtig damit laufen jetzt äh Rose mit Knoblauch ja mhm wo bin ich da Rose Knoblauch hab ich oh hatte ich oh Alter ist das dein Ernst jetzt du rutscht im Laufen nach unten aus dem Bild raus obwohl du nach rechts läufst ach wieso hast du die Rose nicht gemacht die ich dir extra hingelegt hab weil ich die Knoblauch geholt hab ne hast du nicht den hab ich ja geholt und bin dann mit ihm voll da reingefallen bin ich jetzt schon wieder oh dieser controller Schwefel direkt in den Kessel damit können wir Spinnnetze wahrscheinlich um den Weg freizumachen wahrscheinlich ist der Weg jetzt versperrt ja aber hä musst du den dann aufnehmen oder sprengt der Kessel das dann oder wie nein du musst den dann wieder nehmen aus dem Kessel in der Flasche wahrscheinlich ach so ja ja klar da ist auch ein Trank das ist ein Trank zum explodieren lassen also Schwefel in den Kessel und dann mit der Flasche nehmen oh Gott oben rechts oh das ist ein Spinnen zweimal grüne Blätter zweimal grüne Blätter oh ich hasse euch ich hasse euch ich hasse euch liegen da nein oh man nein wieso alter drück doch mal die richtigen Tasten nein man tu das doch einfach da rein wenn du schon daneben stehst Flasche 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 ich kann gar nicht ich muss diese anderen Flaschen holen wo ist das Ding mach die explosive Flasche weg nein du musst es einfach nur machen ja aber verändert sich nichts doch ich komm nicht weg ich komm nicht weg äh äh ähm grün mit Alraune hier Blatt mit Alraune Alraune habe ich wir brauchen holz wo ist das scheiß holz daneben direkt neben dem Kessel holen holen Dicken ich wische soll es nicht wischen ich rühre ich rühre ich habe nichts von wischen gesagt nein 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 nimm den Kessel äh äh Blatt mit Alraune hier sind Blätter oh Alter jetzt lauf Achtung hast du Alraune schon ja die kommen aber nicht hier unten rein in die Kessel oder die in die Kessel die Lüfte immer nur oben rum glas 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 das musst du holen hallo ach warum muss ich das jetzt machen mach den Sprengsatz dahin wohin da ja ich komm hier nicht weg man jetzt kann ich nicht gucken scheiße äh zweimal zwei Alraune und einen Pilz äh was war mit den Pilzen so schneiden den Pilz mach ich jetzt oh müssen wir zweimal äh zwei Alraune achso ja ich wollte gerade sagen wieso tut sich nichts wir kommen nicht mehr hoch wir kommen da nicht mehr hoch oh oh dann mach hier oben frei oben frei ja oh mach was Neues schon mach 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 äh wir brauchen zwei Alraunen oh jetzt geh doch mal an dieses scheiß Ding dran oh scheiße ich hab zwei Dinger reingemacht äh ich hab drei Dinger reingemacht doch das ist ja viel wir brauchen zwei Alraunen zwei Alraunen oh alter ja hier vorne liegen welche pass auf ja mach nur kein Holz links rein weil sonst geht das da an oh äh kannst du mich immer schnell hauen immer gerne ich hab das doch gerade erst abgelegt man jetzt bleib doch mal da liegen holz 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 oh nein man bleibt doch nicht immer da stehen wo ich rum muss Mensch was machst du denn hier du hältst mich die ganze Zeit auf hol 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 ja ich kann da nicht durch man macht Explosivding oh ne komm ey nur weil diese scheiß Dinger so lange brauchen ja das hätten wir nur locker geschafft bis nach oben ja aber der Weg war versperrt überall deshalb hab ich eigentlich immer geguckt warum hast du mich denn die ganze Zeit blockiert hab ich überhaupt nicht nein ich hab die ganze Zeit verzweifelt versucht um dich rumzulaufen aber es hat nicht geklappt vollende Kapitel 3 oh mein Gott ich kann nicht mehr ich auch nicht das lass ich dir aufhören ja das würde ich aber auf jeden müssen wir mit ihm noch reden nee er ist gar nicht mehr da hat sich schon verdünisiert hier er wollte gar nicht da bleiben bei den Spinnen wer dann würde ich sagen machen wir hier einen ganz schnellen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge ciao ciao vielen Dank für dein Like wenn du mehr davon sehen möchtest dann darfst du mich auch gerne abonnieren